Perleberg. Mit Sunny May Veidt erblickte am 2. Januar 2017 das erste Baby des neuen Jahres im Kreiskrankenhaus Prignitz das Licht der Welt. Sunny May Veidt ist bereits das zweite Kind von Aileen Bese und Ronny Veidt aus Perleberg. Bei ihrer Gebot wog Sunny 3.990 Gramm und war 57 Zentimeter groß. Im vergangenen Jahr erblickten auf der Klinik für Gynäkologie und Gebotshilfe des Kreiskrankenhauses insgesamt 377 Babys das Licht der Welt.